Wir wollten heute von Beginn an aggressiver auftreten, als wir das im letzten Ligaspiel gemacht haben gegen den HSV und das konnten wir auch sehr gut umsetzen, früh das Tor dadurch auch erzielt, weil wir einfach den Ticken wacher waren und einen Ticken aggressiver und das ist aufgegangen heute. Wir konnten zum Glück am letzten Wochenende den Nicht-Abstieg perfekt machen, das war das Saisonziel, darüber sind wir sehr froh. Wir wollen gegen Erfurt einfach ein gutes Spiel machen und bei denen geht es um alles und deswegen wollen wir da auch für uns die beste Elf aufs Feld bringen und ein vernünftiges Spiel abliefern. Dann haben wir eine ganz tolle Reise vor nach Zürich, wo wir ein von der FIFA organisiertes Turnier spielen dürfen während der Woche und dann fliegen wir von da aus direkt zurück zu Hertha und lassen die beiden Spieler auf uns zukommen und genießen jetzt auch einfach. Und dann haben wir ja auch schon das Halbfinale im Pokal. Bis zum nächsten Mal.